So, was geht Leute? Mein Name ist Loaded D-D-D-D-N-I-B-B-B-B-B-Netsch Und willkommen zu einem neuesten Video von mir Und heute mal wieder Call of Duty Ghosts live Und viele von euch haben angefragt, dass ich Cranked spielen soll Und deswegen werde ich das jetzt auch tun Wenn ihr mehr Spielmodus sehen sollt, die ich live let's playen soll Dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt Und ganz genau, lasst uns jetzt in ein Spiel hüpfen und Spaß haben So, ich bin jetzt hier in dieses Spiel reingehüpft und sehe, ich kann nur eine Sache auswählen Das heißt, ich kann meine eigene Klasse nicht wählen Und worum es hier geht, und zwar einer ist infiziert Und wenn er ein Messer hat, dann wird er auch infiziert, der andere Und ja, ich bin ziemlich aufgeregt, weil ich will nicht gemessert werden Also Infizierungscountern, what the fuck ist das, Alter? Was muss ich denn jetzt machen? Ich glaube, einer wird aus Zufall infiziert, hoffentlich bin ich es nicht Hoffentlich bin ich es nicht Ich überlege auch gerade, warte, die können von hier kommen und die können von hier kommen Das ist kein guter Ort eigentlich Scheiße, ich kann kein... Okay, ich bin nicht der Infizierte Leute, ich bin mir auch gar nicht sicher, wo ich am besten hingehen soll Oh, ist das jetzt ziemlich, ziemlich problematisch Wisst ihr was, ich sehe mich hier einfach um und höre ich... Hören tue ich den nicht Scheiße Scheiße Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll Wisst ihr was, Leute? Ich glaube einfach mal weiter Ich glaube, der Infizierte kann auch dauerhaft laufen, dauerhaft sprinten Ja, lass uns hier hochgehen, lass uns auch hier hochgehen Lass uns auch hier hochgehen Lass uns auch hier hochgehen, das ist eine sehr, sehr gute Idee 1C4 hier hinlegen Oder falscher Button Alles klar, Danny, du bist der Beste Ich habe dieses Teil noch nie genutzt Aber vollkommen egal Warte, die können jetzt... Er kann jetzt von hier kommen wahrscheinlich Und von da hinten, okay, alles klar Oh, er kann Kurven jetzt auch messern Das heißt, immer in Bewegung bleiben Wo ist der? Infizierte Warte, von da bin ich sicher, okay Von da bin ich sicher Wo ist der denn? Hallo Ah Ne, ich habe kein... Ach, da ist er, da ist er, da ist er Gib mir den Kill Ja, ja, ich habe den Kill ganz easy geholt Locker, flockig Mögt eigentlich Cornflakes Oh, what the fuck C4, was machst du? Wieso liegst du da? Du musst... Was ist das über... What the... Ich verstehe gar nichts, Leute Ich verstehe gar nichts Es ist ein bisschen langweilig hier Aber ich muss sagen, dass es eigentlich der beste Ort ist Ja, das ist definitiv der aller allerbeste Ort Vor allem hier kann man sich auch drauf stellen Und hier hat man... Hat er es auch nicht so einfach Vor allem man kann die ganze... Ah ne, immer mehr Leute sind hier infiziert Und... Oh, ich muss mich bewegen Ich muss mich bewegen Ja, ich stehe da so Alter Schwede, wieso stehe ich da so? Okay, da ist ein C4 Hier auch Und das C4 geht hoch Und ich habe einen Kill bekommen Ganz easy, locker, flockig Lass uns ein bisschen warten Weil ganz ehrlich ist es der beste Ort Ich weiß immer, weil ich so ein nichts Was ich anderes tun soll Und der wurde auch geschnappt Okay, du passt da hinten auf Ich passe hier auf, okay Was anderes So, er kommt jetzt hier hoch Oh, oh, er läuft weg, er läuft weg, er läuft weg Er läuft weg, er läuft weg Er läuft weg Können die auch anders hier hochkommen? Ich weiß es gar nicht Mach deine Arbeit weiter So wie du sie machst, Teammate Ich brauche... Nein! Teammate! Oh, scheiße Bin ich am Arsch? Ich bin einfach Überzieht am Arsch, er Lass uns weg, denn Lass uns weg, denn Nein! Ich wurde gelöst Ah, verdammte Scheiße Jetzt sind wir auch infiziert Ey, nee, Alter Das kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein Man hat wirklich so Herzkraft Und diese Map ist echt nicht so gut für infiziert Bin ich der Meinung Und da kämmt irgendeiner Und wir haben gewonnen Wisst ihr was? Als Highlight Mach ich noch ein Spiel Und, äh, ja Lass uns das nächste Spiel reingehen Und vielleicht schneide ich es da ein bisschen besser ab Weil das war jetzt mein allererster Oh, scheiß Das war mein allererster Spiel infiziert Und ich Ey, es ist wirklich gar nicht so einfach Wirklich schwer Vor allem, wenn einem die Munition leer geht Lass uns noch ein Spiel absolvieren Übrigens, rechts sieht man die Zeit Wie lange man überlebt hat So, ganz genau Dieses Mal spielen wir auf der Map Prison Break Mal sehen, ich überlege gerade Wo Ich glaube, da ist rechts Das Gebäude rechts von mir Das sollte ziemlich gut sein Oder Nee, ich glaube, das ist wirklich das beste Gebäude Lass uns da reingehen Hoffentlich sind wir natürlich nicht die Infizierten Ich überlege, 14 Sekunden haben wir Zeit Okay, jetzt müssen wir aufpassen Der Teammate hier Der könnte auch der Infizierte sein Der könnte auch der Infizierte sein Okay Wer zuerst schießt hat gewonnen Ah Da hast du Glück gehabt, Teammate Glück gehabt Okay Schade, dass ich nicht mit denen reden kann Das kann man richtig geil mit Freunden wahrscheinlich spielen Wenn ich zum Beispiel mich hierhin chille Und Ähm Er guckt da lang Lass uns mal sich hierhin legen So Okay, jetzt haben wir richtig viele Leute hier Ich denke nicht Außer er kann Ja, er würde uns wahrscheinlich versuchen Oh, oh Oh, habe ich mich erschreckt, Alter Ich habe irgendwas So ein Messergeräusch gehört Oh, da kommt er Da kommt er schon Da kommt er schon Was, er kann schießen Er kann schießen Wieso Wieso zum Teufel kann er schießen Was Wie jetzt Das verstehe ich jetzt nicht, Leute Wieso zum Teufel kann er schießen Okay, er wird jetzt hier auftauchen So Ich verstehe nicht, wieso er schießen kann Das verstehe ich nicht ganz Kann mir das irgendein erklären Ich dachte, die können nur Messern Ja, wenn die schießen können Dann ist es ja einfacher Viel, viel einfacher Kann ich auch Waffen? Nee, kann ich nicht Okay, nimm das Nimm das Was denn, die Leute sind infiziert? Nicht so viele Gar keiner eigentlich Oh Da kommt einer Lass uns zurück Ich habe kein gutes Gefühl Wenn ich da ausstelle Lass uns mal hier Ja, lass uns hier ein bisschen Umsehen Übrigens, die Stoßfände Könnte ich auch vielleicht Im Online-Modus Also im Online-Modus versuchen Und äh Oh Ziemlich Lass uns hier ein bisschen Nicht nur campen Das ist nicht so gut Wenn wir nur campen Lass uns ein bisschen losgehen Und die vielleicht auch Ein bisschen mehr so killen Ach, der erste Die kippte mal eine Pistole Alles klar Jetzt verstehe ich das Der erste Die kippte mal eine Pistole Okay, okay Und äh Der zweite Und nachdem er Einen getötet hat Hat er die Pistole nicht mehr Alles klar Nein Ich wurde gemessert Alles klar Egal, Leute Lasst uns jetzt Versuchen Die anderen auch zu eliminieren Also ich kann Tastikeinstieg legen Wenn ich infiziert bin Okay Alles klar Mit Wurfmesser Lass uns mit Wurfmessern arbeiten Ganz easy Locker Flockig weggeholt Der hat nicht mal Oh, what the fuck Da war noch einer Denkt er ernsthaft Er wird überleben Bam Na, schade Nicht getroffen Sowas kann ja immer Mal klappen Aber muss ja nicht So Hallo hier Irgendjemand Ne, hier ist keiner mehr What the fuck Wo sind die alle Und man hat auch Ein plündeter Package Dabei Und man hat Keinen Fallschaden Extrem genial Wo ist der letzte Hallo, wo bist du Übrigens Wenn euch das ganze Gefällt Lasst einfach einen Daumen nach oben Da, dann weiß ich Bescheid Da mache ich gerne Mehr davon Mit einem Team Am besten Oh, ich kann mir vorstellen Wie das mit einem Team ist Richtig geil bestimmt Okay, der kämpft da Ach, schade Okay, der wird jetzt Gekillt wahrscheinlich Aber ich Was Oh, den haben wir locker Geil weggeholt Lockerflockig Ausgehüfte Bam Geneigt Ziemlich geil Lasst ihn auch noch oben Da, wenn ihr mehr davon sehen wollt Außerdem schreibt in die Kommentare Welchen Spielmodus Soll ich jetzt nächstes zocken Und abonnierst meinen Kanal Für besseren Sex Und ganz genau Ich bedanke mich für's Zu Ende schauen Und sage nur noch 3 2 1 Tschau 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 Tschau